Oh liebe Wählenden, wer soll nun euer neues Stadtoberhaupt sein? Ist es Jörg Bauer, der Backnang Ironman mit den fertigen Projekten in der Tasche, der uns Baunebenkosten einspart, während wir miteinander reden? Oder ist es Maximilian Friedrich, der aus seiner Herzensangelegenheit Backnang den Müllverband es dann belebt, während er die Verwaltung im WLAN auf Dienstleisterkurs bringt? Oder ist es Roland Stümke, der die Diskussionskultur hochhält, die Abgehängten einsammelt, das Straßenfest wieder einbürgert und Backnang zur Basisdemokratie führt? Oder ist es Stefan Neumann, der seine Erfolgsrezepte aus Künzelsau nach Backnang transferiert und es auf ganzer Linie zum glorreichen Mittelzentrum führt? Oder ist es Marco Schlich, der vielseitig engagierte Vereinsaktivist, der mit dem Klima das große Ganze im Blick hat und Backnang auf Zukunftskurs bringt? Oder ist es Stefan Braun, der mit besten Referenzen allerhand Ideen anpackt, den Teamgeist beschwört und Backnang im Kreis neu positioniert? Oder ist es Andreas Brunold, der Chefkritiker und Strukturkenner, der die Ergebnisse seiner scharfen Analyse umsetzt und die Verwaltung zum Bürgerservice transformiert? Oder ist es Julia Papadopoulos, die Tierwohldurchsetzerin an vorderster Front, die die Straßen für die Gastro frei macht, Erfolgsmodelle aller Art ins Städtle bringt und es sogleich mit neuen Mobilitäts- und Bebauungsgrundsätzen ausstattet? So, liebe Wählenden, nun müsst ihr euch entscheiden!